Ich möchte jetzt... Wir haben jetzt nur noch Dieter links und dann halt zum Boss. Wir dürfen uns doch nicht in die Enge treiben lassen. Verdammt, Enge! Wow! Das wir immer noch keinen besiegt haben! Oh, endlich! Meine Fee geben uns auf, falls wir noch getroffen werden. Okay, jetzt ist sie weg. Ah! Noch einer weniger. Oh! Das war jetzt irgendwie ein Fail. Nur noch drei, Leute! Zwei! Nur noch einer. Das hier hat sie mit uns auf. Oh, wir haben es geschafft. Okay. Da ist eine Treppe! Da ist hier irgendwas. Was ist das? Ach, ist das jetzt die Flöte? Ich glaube, das ist eine Flöte. Ja, das war die Flöte. Cool, wir haben die Flöte, Leute! Und das Tolle ist, wir haben jetzt alles geschafft, außer dem Boss selbst. Halt, macht die Flöte eigentlich was bei den Gegnern? Nö. Okay, er hat leider nichts fallen lassen. Egal, wie schwer der Boss auch ist, Leute. Schwerer als diese Ritter kann er nicht sein. Ich hole mich mal eben. Ich hole mich mal eben. Dann will wir probieren. Ja. Okay, man siehst. Ja. Ja. So, geschafft! So, wir müssen hier nur durch. Nein, der Rubin ist weg. Ich hätte halt doch die Fackeln machen sollen. Naja. Dann hätte ich besser gesehen, wo ich hinlaufe. Na, ich will schief nach unten. Okay, ich kriege sie trotzdem nicht. Egal. Nach oben. Wir haben eh acht Bomben. Von dem her ist das nicht ganz so schlimm. Und kein Herz. Verdammt. Wow. Okay, einer ist besiegt. Au. Ich dachte, ich stände weit genug weg. Habe ich mich wohl geirrt? Zweieinhalb Herzen fehlen uns. Geht hier nicht einer? Ah! Ah, ihr wolltet mich wohl austricksen, oder? Nichts gibt's. Au. Hier hat mich ausgetrickst. Verdammt. Wäre ich vorher nicht so glücklich gewesen, hätte ich jetzt noch einen Heiltrank. So ein Mist. Vielleicht hilft das ja bei denen. Nein. Nein. Waa? Nein. 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 leute geschafft so der boss wir haben noch zweieinhalb das ist der boss wir gehen jetzt einfach mal hier noch unten bei dem aber schon ich brauche mal kurz pause so in der richtung von eine boss muss man der mag ja keine musik deshalb müssen wir die musik spielen Das versuchen wir jetzt mal. Wow. Okay, er mag sie wirklich nicht. Ja, er mag sie definitiv nicht. Okay. Schade. Ich weiß nicht, wie oft wir ihn treffen müssen. Aber wir können es vielleicht schaffen. Leider nichts. Ein Herz. Eine Fee bräuchte ich. Naja, so geht's auch. Vier Herz. Das sind schon mal mehr, als wir vorhin hatten. Fünf Herzen. Jetzt geht's uns gut, Leute. Oh, jetzt geht's uns echt gut. Eine Fee, ja. Besser geht's jetzt nicht mehr. Aus Witten ein Trank. Dann würde ich schon mal messen. Deswegen, gehe ich jetzt einfach durch. So, ihr könnt mich mal. Euch lasse ich einfach. So, und hier müssen wir es auch nur durchschaffen. Durchgeschafft. So. Mit vollem Leben, Leute. Mal sehen, ob das was wird. Hä? So. Ich benutze mal Bomben. Oh. Bomben funktionieren. Nein. Ja, zwei Bomben haben gereicht, Leute. Wir haben den Boss besiegt. Wir haben einen neuen Herz-Cutainer. Und wir haben das fünfte Stück des Triforce. Endlich haben wir es geschafft. Okay, Level 6. Hatten wir schon mal gefunden. Au. Gibt's doch nicht. Wenn ich jetzt sterben sollte, Leute, dann gibt's ein... Ähm... Ein Speichern. Ich brauche mal... den da. So, Motos drauf. Wir hätten 62. Wir könnten uns jetzt das eine Ding da kaufen, eventuell. Au. Ich würde mich jetzt also auf den Weg dorthin machen. Es sind nur noch 18 Robine, die wir brauchen. Mal sehen, ob wir die bis dahin kriegen. Au. Au. Eine Uhr. Nein! Kurz bevor es verwundbar geworden wäre. Verdammt. Nein. Nein, das wäre jetzt fast unser Tod gewesen, Leute. Aber nur fast. Au. Puh. Nein. Okay. Ähm, Tränke möchte ich jetzt noch nicht kaufen. Ich möchte jetzt tatsächlich, Leute, mal auf... Ah. Speichern. Auf diesen eigenen Gegenstand versparen. Es sind nur noch 16. Äh, 15 Rubinen nur noch. Und wir sammeln Herzen. Au. So, hier links müssen wir, glaube ich, hin. Oder? Uh, ich bin mir gerade nicht sicher. Ja, doch. Hier ist es. Au. Endlich. Nur noch neun Rubine, Leute. Eine Fee. Ach, den lass, oder? Ah, vielleicht hat er irgendwas Gutes für uns. Ach, hat er uns erwischt oder was? Ah, Mist. Dann lassen wir es. So, blöd ist, wir brauchen noch acht Rubine. Tja, jetzt brauchen wir noch sieben. Das ist jetzt blöd. Wir haben nicht genügend Geld. Ich dachte, wir würden genügend Geld kriegen, bis wir da sind.